Wie schafft man es, verheiratet zu bleiben, ohne sich zu langweilen? Gar nicht. Du arrangierst dich mit der Langeweile. Deswegen hat Gott das Internet und der Mensch den Porno erfunden. Was ist eigentlich los mit uns? Wie bringst du frischen Wind in deine Beziehung? Hast du eigentlich schon mal den Penis eines anderen Mannes berührt? Ich einmal auf dem College. Hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er mich unattraktiv findet. Willst du einen Schluck? Schmeckt gut? Eheproblem. Reduzieren sich bei den Männern noch den Sex. Vielleicht solltest du dich selbst befriedigen, um Elvin zu befriedigen. Möglicherweise liegt da der Hund befriert. Ich schätze, sie ist eingeschlagen. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Wir sollten uns mit einem anderen Paar treffen. Wie bitte? Swingen. Du warst ein unartiger Hund, Bertie. Hab ich recht? Ich mach's übrigens nicht mit Männern. Ich schon. Habt ihr schon mal sowas in der Art gemacht? Was? Wir? Nein, noch nie. Richards? Für dich auch ein Cocktail? Für mich ein Anal Blast. Nicht, dass ich schwul wäre. Natürlich nicht. Wenn du's ausprobieren willst, ich bin dabei. лавselstück. Musik Untertitelung des ZDF, 2020